So ihr Lieben, ich habe euch ja prophezeit. 2021 fahre ich noch mal nach Winterberg. Das Wetter war total klasse. Tja und was ist jetzt? Schlechtes Wetter, es regnet. North Shore ist gesperrt. Von daher muss ich hier dann dieses Jahr doch noch mal hin. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Erstmal einrollen. Slow country. Slow country. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wo ist die, ne? Okay, die Dinger muss ich dann auch nicht bringen. Schon gar nicht bei der Netze. Unglaublich. Ich habe mich doch bei der Netze den Downhill runter gewagt. Komplett. Und das mit dem Hardhill. Unglaublich. So schlimm fand ich es jetzt tatsächlich nicht. Die Sprünge, ganz klar, die nehme ich nicht. Die waren schon echt heftig. Aber ja, war cool. Nette Erfahrung. So, und bevor es gleich endgültig nach Hause geht, da will ich hier nochmal kurz auf dem kleinen Parcours rum. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Bis dahin, euer Hardhill Zicklein. Musik Alekka, move it! Musik Musik Vielen Dank für's Zuschauen. Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Ich hoffe, ich hab Spaß gemacht.